Güstrow erleben, gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Um den Judenhass geht es beim Gemeindeabend am 23. Januar ab 19 Uhr. Referent German Schwarz aus Teterow ist diesem uralten Phänomen auf der Spur. Im Saal der katholischen Gemeinde in der Grünen Straße 23 bis 25. Inge Tessenow und Bildhauer Wolfgang Friedrich führen durch die Ausstellung Die Düllen und Katastrophen im Ausstellungsforum der Ernst-Barlach-Stiftung. Am Mittwoch, dem 24. Januar, beginnt diese um 14.30 Uhr. Flaschenpost aus dem KZ, so lautet das Thema am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in der Güstrower Uwe-Jonson-Bibliothek. Den Vortrag hält Constanze Jeiser, Musik gibt es von Jakob Pampuch. Beginn ist um 19 Uhr und der Eintritt kostet 5 Euro. Erlieben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-gystrow.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017